Nicht nur in Westeros, auch bei uns ist mittlerweile Winter da und das heißt es wird ein bisschen kälter oder ist schon und da braucht es natürlich ordentliche Schals. Am besten natürlich direkt ein paar aus Westeros, hier so ein bisschen mit Stark, aber wisst ihr was, ich glaube es ist so kalt, ich brauche direkt noch einen Spiden und Mensch, was gäbe es da besseres als direkt mit ein paar Drachen drauf, weil Drachen, habe ich gehört, mögen es in der Regel warm und machen es auch ganz warm. Wenn ihr auch warm gehalten werden wollt und bestenfalls die Schals dafür gewinnen wollt, klickt euch doch einfach auf unsere Gewinnspielseite und ja, da könnt ihr die Schals gewinnen. Plottwurst à la George R. Martin.